Endlich bin ich umgekehrt, und sonst bin ich nicht umgekehrt. Also ich habe mich gerade gefragt, wann ist denn der Tag des Mannes? Und wir haben uns gefragt, wieviel du heute schon geraucht hast. Also ich habe mich gerade gefragt, wann ist denn der Tag des Mannes? Zürich fast live. Unglaublich. Das ist ein Malungserlaubnis, all drei Jahre. Das Beste, was es je jetzt gibt. Das sind so Bändelchen da, die haben wir auch gemacht. Ey, meinst du bist krass, wenn du Bändelchen hast? Ich spiele mit offener Karte, ich tue das mit dem Schwanz nicht an, sorry. Also nein. Und unser Ziel ist, die gleiche Schrank aufzustellen. Und dann soll der Schweizer Gewerbler hochladen. Ey, wir hören jetzt auch eine geile Musik, Mann. Meine Ohren, das ist wie Magie in meinen Ohren. Geil. Und wie fandest du die Chili Peppers? Ja, das geilste Band auf der Welt, wo es gibt. Das Beste, was es je jetzt gibt. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Man Cola und Bier? Ja, ich habe 22 von den Zehnern gewechselt. Ah, schön. Da habe ich gedacht, ich nehme gleich eine neue 50er-Mote. Das macht Sinn. Das Spannende ist, wenn die anderen auch drauf fressen bekommen. Das ist echt lustig zum Zuschauen. Manche Dinge ändern sich nie. Ja, okay Mann, ich muss einfach Bullen schlagen. Fick dich, Cops! Nein, 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 das muss, wenn schon, Fickt-Oi heissen. Es ist geil, was so läuft. Vielleicht wird ja jemand geschlagen und ja. Was machen Sie, wenn Sie jetzt mit den Klöpfen springen Sie davon? Nein, hauen wir ab! Wer wirst jetzt wählen? Für Trump. Wieso? Nein, keine Ahnung. Wir legen da sicher auf, oder? Wir sind hier in der Schweiz und nicht im Ostland, oder? Und was feierte man gestern in der Schweiz, respektive Innerschweiz? Für... ähm... Maria... Vater. Warte, wie... Irgendwie Marias Vater oder so. Dann ist... mit der Maria, also... Maria ist eigentlich gestorben. Was gibt's da zu lachen? Oder? So, wie es gehört haben, ist eben... Seid mal so... Ein paar Jesusfrauen... Also ein paar... Äh... 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 Ich finde, es ist gut, weil letztes Jahr... Das war wirklich... Das war wie im Krieg da rein, wirklich. Ich war im Krieg, ich habe alles erlebt. Pistole, Schuss, Bomben, Splüter, Kanadensalat. Mama, ich liebe dich ganz fest. Auch... Wenn du... Du bist nicht ganz best. Aber ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du mich anschreisst. Mit dem Serval kannst du alles machen. Kannst du breiteln, kannst du warm machen, kannst du kalt und das ist... Äh... Was ich kenne, das ist einfach die Servala. Und wenn's mal keine Servala gibt? Ich esse ohne weiteres... Gurken. Mit G, G, G. Und Gurken fängt auch mit G an. Heute ist Jugendslang viel frecher. So lässig. Also keiner von uns wäre da irgendwie lieber am Strand gelegen. Das ist nur halb so glatt wie... Mit all diesen lässigen, tollen Leuten etwas auf die Beine stellen. Und wenn man auch sieht, was da abgeht und was da entsteht. Das ist super lässig. Ich persönlich habe jetzt ein paar Schilder gemalt. Welches spezielle Talent hat ein typischer HSG-Studie? Ein spezielles Talent von mir... Ähm... Unglaublich selbstbewusst wirken. Und was hast du für ein Talent? Ich kann... Rauch aus dem Mund rauslassen und mich dann also wieder reinziehen. Echt jetzt? Hast du uns das schnell zeigen? Ja, kann ich machen. Und du? Findest du's auch hure geil? Das ist off. Ich will viel studieren. Ich will studieren. Barriere kaputt machen. Ich bin nicht der Mack. Kann ich nicht. Ich denke, ich bin der Mack. Aber... Ich habe jetzt noch ein paar... ...metall... ...kann ich kaputt. Danke. Ich bin der G, wenn ich nicht der Mack, der G, ist der Mack.